Bhallukasana ist die Stellung des Affen. Diese Stellung kann zum einen wie Vajrasana 1 sein, sie wird beschrieben, halte die Füße unter dem Gesäß und fasse die Zehen mit deinen Händen an. Das ist Bhallukasana. Bhalluka heißt Affe. So kann sich die Stellung auch etwas anderes beziehen, wo tatsächlich indische Affen gut sitzen. Das heißt, du setzt dich auf die Fersen und dann gibst du die Hände um die Zehen. Und das ist auch Bhallukasana, die Stellung der Affen.